Grüß Gott, Herr Weihbischof Puff. Heute Dienstag wird die römische Glaubenskongregation ein Schreiben vorstellen mit dem Titel Juvennescit Ecclesia, die Kirche verjüngt sich. Sie haben das Schreiben schon gelesen. Richtig, ich finde das ein sehr hilfreiches Schreiben. Es geht um die Beziehung zwischen Amt und Charisma. In dem Schreiben wird zunächst mal geschrieben, dass die neuen geistlichen Bewegungen, um die es ja geht, also eine Antwort des Heiligen Geistes sind, also ein wirkliches Reichtum für die Kirche, dass der Heilige Geist uns damit beschenkt. Dann wird ein bisschen beschrieben, was im biblischen Sinne Charisma ist. Es wird immer deutlich, dass diese Gabe des Geistes immer für alle gegeben wird. Es wird unterschieden zwischen den hierarchischen Gaben und den charismatischen Gaben und dann gut theologisch fundiert, wie das zusammengehört. Welchen Zweck verfolgt diese Schreiben? Es gibt ja zwei Problemmöglichkeiten. Einmal, dass die neuen geistlichen Gemeinschaften sagen, wir sind die Neuen, das Alte brauchen wir gar nicht mehr und wir brauchen auch gar kein Amt. Und es gibt die Angst von den Altvorderen vor dem Neuen. Und beides gehört aber zusammen, ganz organisch. Beides ist aufeinander verwiesen und das möchte das Schreiben befördern. Geht es also mehr jetzt um Anerkennung oder um Abgrenzung? Nee, gar nicht. Es geht darum, dass wie in dem Bild von Paulus mit dem Leib und den Gliedern man nicht sagen kann, das eine ist wichtiger wie das andere, sondern in der Theologie wird das jetzt so ausgedrückt, die charismatischen Gaben, sprich neue geistliche Gemeinschaften und die hierarchischen Gaben, sprich das Amt, sind füreinander da. Heißt konkret, das Amt prüft die Charismen, aber ohne Charismen bleibt das Amt zu trocken und lebt nicht mehr. Sie selbst fördern ja auch charismatische Erneuerungsbewegungen, den neokatechumenalen Weg. Warum machen Sie das? Ich habe persönlich auf dem neokatechumenalen Weg meinen Glauben gefunden und ich bin ja so sagen darf das lebende Beispiel, wie wichtig beides ist. Ich bin ja jetzt Amt, in Anführungszeichen, nämlich Weihbischof. Gleichzeitig gehe ich diesen neokatechumenalen Weg für mich und ich habe das auch als Pfarrer schon getan und sehe, dass beides miteinander eine große Chance ist. Manchmal werden die charismatischen Erneuerungsbewegungen auch durchaus kritisch beäugt. Jetzt werden die Kirchenbänke immer leerer, die charismatische Erneuerung verjüngt sich und gewinnt immer mehr junge Leute. Was machen die besser? Vielleicht darf ich vorher noch sagen, es geht nicht um charismatische Erneuerung, das ist nämlich eine der verschiedenen neuen geistlichen Bewegungen, sondern es gibt ja eine ganze Vielfalt. Da gibt es ja ganz viele. Was die anders machen ist, glaube ich, dass die mehr die persönliche Christusbeziehung pflegen, dass sie einen starken missionarischen Impetus haben und dass sie von da aus neue Wege gehen. Aber man muss einfach dazu sagen, diese Charismen, das sind Geschenke vom lieben Gott. Also was wollen sie machen? Der schenkt eben, Gott sei Dank, der Kirche auch in Zeiten, wo man so den Eindruck haben könnte, oh, wird jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, neue Aufbrüche. Und das war in der Kirchengeschichte immer so. Denken Sie an den heiligen Franziskus, da lag die Kirche da nieder, dann hat der Heilige Geist Franziskus inspiriert und da ist der Franziskanerorden entstanden. Hat die Kirche total erneuert. Ähnlich nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil diese neuen geistlichen Gemeinschaften. Der Präfekt der Glaubenskongregation Gerhard Müller, Kardinal Gerhard Müller spricht von den Erneuerungsbewegungen als wie von ungeplanten Kindern. Das klingt doch etwas kritisch, oder? Ich finde das super, dass der Kardinal Müller die Lehre der katholischen Kirche zur Sexualmoral hochhält. Also das heißt, dass man Kinder ja nicht machen kann. Kinder werden einem von Gott geschenkt, manchmal ein bisschen geplant und manchmal ein bisschen ungeplant. Aber auf jeden Fall sind sie immer ein Geschenk Gottes, was man annimmt, worüber man sich freut und was man mit viel Sorgfalt groß zieht. Und wenn der Kardinal Müller somit den Bischöfen auf der Welt sagt, bitte, liebe Mitbrüder, zieht die neuen geistlichen Gemeinschaften mit viel Sorgfalt und Liebe groß, die sind wichtig, ist es eine super Botschaft. Was wünschen Sie dann für die Zukunft der Kirche? Sollen wir alle etwas charismatischer werden? Nein, ich wünsche mir, dass genau das, was in dem Schreiben hier veröffentlicht wird, Wirklichkeit wird. Dass auf der einen Seite meine Mitbrüder, die Bischöfe, mit Großherzigkeit und Offenheit die neuen geistlichen Bewegungen fördern, dass aber gleichzeitig die neuen geistlichen Bewegungen sich nicht in eine Sonderwelt abschließen, sondern wissen, wir sind zum Dienst einer Gesamtkirche, einer Diözese da, wir stehen in Kontakt mit den Ortsgemeinden, wir tun etwas für die Menschen vor Ort.